Hey, 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 hey! Danke! So, hello, my question, what do you smell today at this place? I smell something like love is in the air. That's right, thank you. Welcome. Hallo, ich bin die Miriam, bin heute hier auf dem Love is in the air in Feldkirch bei der Brauerei Fraßstands. Wir hoffen, dass natürlich die Stimmung ganz gut wird heute, da ja Holiday-Stimmung angesagt sein sollte. Das Wetter ist leider ein bisschen kalt, geht aber gut. Jetzt fragen wir noch, was erwartest du dir von heute? Spürst du schon die Liebe und die Wärme? Liebe und Wärme ist immer gut. Fühlst du dich super im Moment? Gibt es irgendwas, außer die Kälte, was dich stört? Ja, die Kälte ist zum Ertragen und es ist alles in Ordnung da. Ja, ein, zwei Bier, dann geht die Party los. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch für die Ladies heute ein Gratis-Eintritt. Die Männer müssen bezahlen. Gut für uns, oder? Super. Die Stimmung bei euch? Einfach prima. Was liegt jetzt für dich in der Luft? Spürst du schon die Liebe? Extrem. Wenn du nach mir bist. Nein. Danke. Nein, eigentlich noch nicht. Mal schauen, was es noch gibt im Moment. Ja, weil das Wetter ist ja ein bisschen kalt jetzt. Trotzdem schon in Holiday-Stimmung. Ja, schon. Es war ja auch dann zwischendurch mal schön am Tag. Mal. Super, danke schön. Ja, ja. Love is in the air. Every day and every night. Sie ist die süßeste Frau, die es jemals gibt. Und wir haben verdammt viel Spaß heute. Ich liebe dich. Peace. Ja. Danke schön. Da stand. Ahoi. Du bist ja schon in Party-Stimmung. Ja, mal. Party-Stimmt super. Echt geile, wendvolles, geile Lied. Echt super. Hey, mir bald dauert es ja total. Ja, super. Und was liegt für dich in der Luft? Jetzt die richtige Antwort bitte. Ja, Liebe liegt in der Luft. Und auf Englisch? Ja, love is in the air. Genau. Die Laune ist gut. Das Getränk schmeckt. Ja, das Getränk ist fein. Echt super. Gute Stimmung, ja. Ja, viele Leute da. Hätte man nicht denken, das ist so total viele Leute gehabt. Auf lauf ist in der air. Und ein feines Areal. Ziemlich groß gemacht. Super recht. In diesem Falle heute noch eine fette Party. Ja, Vollgas. Bis morgen. Wenn es halt aufhört. Gar glaube ich nicht so lange. Ja, in diesem Falle danke und noch ganz, ganz viel Spaß. Danke vielmals. Danke. So, so viel. Danke. Noch eine party-süchtige Gruppe. Wie fühlt ihr euch? Total geil. Hammer. Die Stimmung ist schon sichtlich angeheizt. Wir hoffen, es geht noch besser. Und? Jawohl. Was war das vor? Keiner. Ja, das Bier schmeckt in diesem Falle auch? Nein, ich trink weiß gespritzt. Weiß gespritzt? Fraschner, oder? Fraschner Bier, das wollten wir hören. Dankeschön. Und jetzt bei drei. So, das war's für heute bei der Love is in the Air Party in Fraschstanz, bei der Fraschstanzbrauerei. Die Stimmung war tiptop 1A. Ich bin sichtlich erschöpft von der ganzen Liebe, die in der Luft liegt. Und ich hoffe, dieser Beitrag gefällt euch. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Danke.